Es wird wieder eine schwierige Begegnung und wir werden sicher mal unsere Fans brauchen, die uns wieder voll unterstützen, wie sie uns gegen Kasachstan unterstützt haben. Das war fantastisch, vor allem am Sonntag, als wir das Wasser wirklich weit oben im Hals hatten, haben sie es wirklich noch mal gepusht und haben sehr gehofft, dass wir dort die zwei Punkte nach Hause holen können. Es war so laut und die Leute haben es wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, extrem gepusht und wirklich das Letzte aus den Spielern und der ganzen Mannschaft rausgeholt. Man kommt dort fast ein wenig in die Trance hinein. Es war wirklich permanent so laut und es ist wirklich das, was wir einfach gebraucht hatten, um die Partie noch herumzutreiben zu können. Wir haben wirklich von Anfang an gemerkt, vom ersten Punkt oder schon vom Einspielen an, dass die Leute einfach wirklich wie eine Wand hinterher ausstehen. Das ist sehr wichtig für die Spieler und für den Rest der Mannschaft, für einen Erfolg zu haben.